... kann berühmt sein. In großen Bronzelettern werden sie an den Universitäten einer zukünftigen postkapitalistischen Gesellschaft angeschlagen werden. Ich schlage die erste Seite auf und lese laut vor. Die Philosophen haben das Geld nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, es zu verplempern. Das Gengrohr hat die Worte mitgemobert und liegt nur zufrieden.